Hallöche meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play SteamWorld Dick. Wir sind jetzt immer noch bei der Old World, oder in der Old World, bei der Aufgabe Old World. Sollen die erkunden und wir gehen direkt runter und kramen hier weiter nach Erzen, damit wir lauter Verbesserungen freischalten können. Ich mag jedes Erz mit wem und jede Kugel. So, jetzt gucken wir nochmal wo wir sind. Hier ist doch gut. So, wir haben in der letzten Folge den Wassertank ausgebaut und so ein Wassersiegel. Damit können wir, dann komm, ich krabbe mich einfach nach unten. Damit verbrauchen wir weniger Wasser. Wenn wir Wasser auffüllen, verlieren wir keinen Tropfen. So, pump. Hat das einen Sinn gemacht? Nö, hier ist ja gar nichts. So, aber war das dieses hier, wo wir hin müssen, wo wir noch nicht waren? Sieht so aus. Schluch. So. Okay. Boinga, 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 Boinga. Boinga. Jawoll, Boinga, 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 Boinga. Das ist cool. Das macht gar nicht so einen großen. Sprung nach da. Was haben wir denn hier? Kann ich das auch mit der Spicke? Ja. Oh, geheimes Gebiet entdeckt. Ui. Was ist das hier? Das ist... Ich will Wert hatten. Das kann ich das hier irgendwie angucken? So. Zeusid. Zeusid. 100. Dollar. Ach, ich muss da lang. Nein. Das hat aber vorher besser geklappt. Hops. Hops. Oh, guck mal hier. Da geht es wieder zurück. Da mag ich natürlich noch nicht hin. So. Ah ja, und damit können wir dann unser Ding ausbauen. Ich freue mich. Hops. Du bist auch zu mir. Komm her. Hey. Sag bloß, es verschwindet jetzt. Schnell, schnell, schnell. Oh, oh. Nein. Nein. Gib Gas. Oh, das ist noch da. Hier. Oh, perfekt. Hilfe haben wir jetzt. Also, jetzt gucken wir noch kurz. Ob ich noch irgendwas... Au. Boinga, boinga. So, hier haben wir nichts. Gut. Dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ah. Auf jeden Fall. Hat ja auch Spaß gemacht. Dann will man so heldenhaft da reinspringen und das Ding noch besiegen. So. Boinga. Ich glaube echt, wir brauchen jetzt hier nur noch den Borromat. Kann das sein? Das fände ich ja persönlich ein bisschen doof. Darum gehen wir mal nach oben. Oh, wenn ich es schaffe. So. So. Wir müssen nach rechts. Hi. Ich wusste, dass es in der Old World Chats zu finden gibt. Das haben wir schon gehört von dir. Reicht denn das Geld jetzt für den Borromat? Du musst die falschen Stellen ins Kontor gesetzt. Nein. Wir brauchen dafür 425. Ja gut, dann. Brauchen wir noch mehr Geld? Wie viel waren es? 425 oder so? Ich glaube schon. Oh, guck mal. Was haben wir denn hier? Wir haben ja noch gar nichts entdeckt. Das machen wir jetzt erstmal. So. Hier etwa. Da kramen wir uns dann einfach nach unten. Hier ist sowieso die steinige Wand. Hier, du kriegst TNT. Na, ich möchte kein Gift dafür. So. So, da springt ich in den Tod da links. So. So. Du kriegst auch mal TNT. So. Hat sich das jetzt gelohnt? Ein bisschen, oder? Wo war das Eisen noch? So. Da war das Eisen noch. So. Hey. Nehmen wir noch das Gold mit. Bringt nur 20, aber ist ja... ...besser als nix. So. So, jetzt auf der Suche nach Erzen. Jetzt auf der Suche nach Erzen. was soll ich noch mal. So. 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 So, du explodierst ja noch von selbst. Was ist denn da passiert? Irgendwie sterben manchmal einfach Leute, habe ich so das Gefühl. Ja, irgendwann, also manchmal sterben einfach Leute. Ne, ich möchte da noch, dass sie noch weghauen, bitte. So. Das ist kein Eisen. Herze. Was war das? Ach, ich soll da wieder runter. Na, das trifft natürlich nicht. Oh, hui. So, da ist noch einer. Hier zwei. Komme ich von hier eigentlich? Aua. Hier wechsle ich... Ach, tut mir, wie das alle. Das wollte ich gar nicht. So, wollen wir da jetzt hingehen? Wir gehen da erstmal rein, oder? Ein zweiter. Okay, da können wir eh nicht lang. Unser Licht ist eh bald aus. Wir versuchen jetzt erstmal hier unser Glück... Oh, da war ich natürlich nicht geachtet. Oh, das wird kaputt gemacht. Perfekt. Ich finde es komisch, die machen mega viel Damage, gell? Die machen echt einen Balken, sich jetzt gerade eben erst. Jetzt weiß ich auch, warum ich immer so einfach sterbe. So, hops. Hier brauchen wir die Unalimit, habe ich so das Gefühl. Hier scheint es mir auch so. Oh, wisst ihr was? Wir kommen später gleich nochmal. Später gleich nochmal, ja. So. So, dann bringen wir erstmal die Schätze nach oben. Unser Inventar ist noch nicht voll, dann nehmen wir das mal mit. Was haben wir hier? Oh. Perfekt. Sterben die so leicht, oder war das Zufall? Äh, Glück. Zufall, Glück. Oh, nicht der Glück. So. Okay, dann suchen wir mal... den Ausgang. Da haben wir noch... Zoll. Na super. Muss das sein, du Kackding. Guck mal, ich will Geld jetzt mir noch verdienen werden. Okay, da habe ich eh keinen Platz. Ich habe mir da noch Platz, oder das ist auch Obsidian, das ist auch Obsidian. Okay. Oh, oh. Ich sehe gerade... Wir sind gleich tot. Ich darf jetzt echt nirgends wo gegen... äh... gegen so ein Ding... so gegen so ein Gift Ding gehen, oder... irgendwas anderes. Hier nicht explodieren, sondern einfach hier hoch. Perfekt. Und einfach das Zeug nach Hause bringen. Diese neuen Mineralien tun dem Wachstum in der Stadt sicher gut. Oh ja. Neues Level. Flinke Picke. Guck, wie viel Geld wir jetzt haben. Hoi. Die besten Preise weit und breit. Flinke Picke. 20% zu Pickentempo. Hm. Arredoma... Arredynamik Kumpel. Nach diesem Prozess durchschneidet die Picke widerstandsfrei die Luft. So, wir wollten aber erst mal den Borromat haben. Und dann nehmen wir noch die verbesserte Hydraulik. Achso. Noch billiger kann ich's nicht machen, Kumpel. Da fehlt uns ein bisschen Geld. Ah ne, jetzt muss ich... Da muss ich ja nicht hin. Ich möchte hier hin. Schönen guten Morgen. Gesundheit voll und Dynamit voll. Und dann kommen wir gleich nochmal wieder und... leeren dann die verbesserte Hydraulik. So, ich merke mir das jetzt mal. Hier war Wasser, gell? Ich füll das jetzt mal auf. Ich möchte mal wissen, ob das dann noch... Ja, das geht eindeutig schneller. Ich möchte wissen, ob das dann noch da ist, meine ich. Das war's, als ob es sich wieder aufgefüllt hat. Hier ist einmal Obsidian. Wo ist denn das andere mal? Ist das hier runtergefallen? Ja. So, jetzt machen wir erstmal hier weg. Und dann mag ich hier noch wegmachen. Jetzt fällt er dann natürlich zu mir, oder? Fällt er nicht zu mir? Nein, fällt er nicht. Okay. Aber jetzt. So. So. Das reicht. Dann gehen wir gleich nochmal hoch und... Lernen das nun mal. Waren wir so weit unten? Wo ist denn der Teleporter? So. Hoch da. Hoch da, hoch da, hoch da. Boing. So. Perfekt. Gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. So. Und zwar wollten wir... Was wollten wir? Wir wollten die verbesserte Hydraulik, gell? Hm. Superbeutel. Ne, wir nehmen die verbesserte Hydraulik. Ja, dann nehmen wir... 33% weniger Wasserverbrauch beim Bohren. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.